hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen video zu ein level 2 das letzte mal es gibt es sieben abgeschlossene level ok ok und da habe ich ja gesagt ok ok wieso geht das jetzt hier nicht habt ihr überhaupt ist ein bisschen zu leise oder muss ich das ein bisschen drauf schrauben so gut ich werde jetzt wieder kennt es ja viel spaß viel spaß und wir sehen uns am ende des videos ja und da haben wir also da haben wir halt eben umsetz ok ok und jetzt wenn man einen kompanen kennengelernt kapitel 2 versteck spiel und uns also mir beziehungsweise uns ist aufgefallen das ist wirklich ein bisschen leise oder ich glaube jetzt geht's okay ich kann noch nichts machen Okay. Achso, ich muss sie dann mitnehmen. Was? Was genau passiert hier jetzt gerade? Okay. Okay. Ah, sehr gut. Okay, sie läuft weg. Was zum Teufel? War das ein Elternteil von dem Kind oder wie? Okay. 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 Jetzt. Hallo. Okay, jetzt geht's wieder. Ich bin gespannt, was dieses Mal die Geschichte von dem Kleinen da ist. Kann ich darauf? Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, hopp. Äh... Ähm... Hehehe. Als mit... Also, das muss ich ja dem dann... Na! Den muss ich ja spielen. Okay. ein trug gepackt also wenn es wirklich nur sieben level gibt ist da unten was dann finde ich das ein bisschen schade weil das Spiel ist ja noch nicht so alt das ist dann zwei Jahre oh verdammt zwei Jahre ist dann für ein Spiel nicht wirklich die Welt oder meiner Meinung zumindest zumindest nicht für so ein Spiel das ist ja mega gut ein bisschen niedlich der Es ist leider über die... äh... Stadt. Okay, hier ist etwas, aber... Okay, das ist jetzt ein bisschen... Verdammt, wie mache ich denn das? Ich Idiot! Jedes Mal vergiss ich das. Jedes Mal. Gott, das hat es im Deinser ja auch noch nicht gegeben. Huah! Okay, jetzt... Ah, sind das die Geheimnisse von... Ah, die sind ja mega... Also, sehr unübersichtlich jetzt nicht, aber leicht zu übersehen. Ha! Na gut, werde ich jetzt hier nicht alle suchen. Okay. Sind das Geschwister? Okay. Das sieht nicht... sehr gut aus, sagen wir mal so. Was ist denn? Ich schätze mal, da darf ich nicht reinspringen. Was ist das? Weil berühmt darf ich... diese Dinge wahrscheinlich nicht. Huah! Nein, ich komme nicht weiter. Okay. Da warte ich noch. Sehr gut. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, ich schalte! Huah! Das war jetzt Glück. Das war jetzt Glück. Geh weg! Punktlandung! Wow! Okay. Hier muss ich wahrscheinlich wieder... Tricksie zu nehmen. Hup! Aber natürlich nicht! Psst! Schon langsam merke ich mir die ganzen Sachen. Hup! Äh, ach so. Hup! Hup! Da müsste... Dann könnte man denken, es ist zu zweit. Also wenn man wirklich zwei Charaktere spielt, ist es einfacher. Also ich gehe... Nur wenn man da dran denkt. Oh. Da fällt mir jetzt ein... Thema ein, das ich euch erzählen könnte. Und zwar... Wollte ich heute Auto waschen gehen. Und... Jede einzige... Waschanlage... Beziehungsweise... Waschstraße... Hat... Zu. Die haben das einfach... Zu gemacht. Also bei mir und der Umgebung zumindest. Oh fuck. Ich meine, ich habe jetzt nichts... Ich habe jetzt nichts gegen... Dagegen, dass ich mein Auto mit der Hand wasche. Aber... Verdammt. Aber es ist halt ein bisschen umständlicher. Das muss ich wieder so machen. Es wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Anders wahrscheinlich schon. Aber ich komme nicht drauf. Land. Ja. 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 Also es ist schon ein... Ein bisschen einfacher. Als... 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 Der... Erste Zell. Oh, und es geht... Gern in der Half-Pub. Ich weiß wirklich. ... Etwas... Anlose Manor. So... Hui... Ohle... Come on. He... Kann ich das nach oben schieben? Achso, ich brauche den, ah, ok, ich brauche den. Ah, dann muss ich das wieder so machen, ich glaube, ich glaube schon. Ah, das ist eine coole Idee. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag. Na, das kann ich stress. Hä? Achso. Na, komm, ich bin totgepackt. Echt, dann nicht nett. Und jetzt höchstwahrscheinlich. Okay, da brauche ich das auch noch. Jetzt bin ich mir selber im Weg. So. Hä? Der Ruf mit dir. Wird im Prinzip ein bisschen einfacher gemacht, weil man ja hier keinen Garn hat, beziehungsweise keinen Garn braucht. Achso, ich kann hier... Ja, die kann uns da gar nicht ausgehen, außer halt für uns jetzt selber. Aber... ... 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 dann haben wir eh wieder unseren kleinen Partnere ich finde das diese die muss ich dann wieder ich finde diese Funktion so mega cool oh ok yes what ach so ok ich ich verstehe jetzt kommst du noch hier rüber und zack ok 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 yes la 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 bleibst schön hier schön und du kannst dir diese Funktion immer einsetzen verdammt und und hoppa hopp kann man hier eigentlich sterben auch? also wie beim Teil 1 oh oh jetzt zu derweil hätte ich noch nichts in dieser Art gesehen warning out of order oh 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 fuck hm muss ich den wahrscheinlich so halten so na klar na klar na klar na klar glaube ich zumindest das hier hier so da muss ich mich doch festhalten ok langsam langsam nicht zu viel so wo die Arknoten Ich finde das ist ein sehr schönes Das muss wahrscheinlich hier sein Und das hält ihn Komm schon Komm weiter Weiter Super Das klappte wie Jetzt aufpassen Wann wirds anschnüchen? Oh 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 Das war jetzt cool Oh 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 Schwingen Okay Weiß ich nicht mit dieser Funktion ist das Oh Okay Hier hätte ich sterben können wahrscheinlich Von was laufen denn die weg? Komisch Aber wahrscheinlich werden wir es dann entweder am Ende vom Spiel Oder Achso Hier muss wahrscheinlich wieder hängen bleiben So Swoosh Und Und Hmm Okay Schlepp da doch auf mein roter Freund Und Auf klettern Kletter 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 Okay Es sind zwar nur sieben Level aber sie gehen doch Doch etwas lange Es sind lange Schöne Schöne Schöngestattete Und Aber auch nicht zu schwierige Maps Kletter Schöne Schöne Those και O Einen E 돼요 O Acay Papier. So, und jetzt? Diese Schwitter schwingen ist auch viel... Kommt mir zumindest auch viel, viel einfacher. Nicht unbedingt, aber... Ach so, jetzt muss ich wieder... Okay, ich kann nur... Okay, ich kann... Ich kann gar nicht gerade auch... Nein. Hm. Na gut. Komisch. 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 Läuft die Aufnahme eh noch? Ja. Ja, okay. Jetzt rauf mit dir, mein roter Freund. Rauch mit dir. Das kann mich töten. Das war mir aber bewusst. Das sind wahrscheinlich so böse Erinnerungen. Ja. 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 hier ok in here so schieben jetzt geht's ab wie lang ist das live hier verstecken sie gehen sie wieder ist es eine fabrik ach das okay sind auch die geschwister schönes level sehr sehr schönes level aber sieben level sind dann doch ein bisschen wenig oder wie viel war es beim letzten na gut auch sieben oder acht naja wir werden sehen wo uns diese reise hinführt das nächste ist da oben ok aber das werden wir in der nächsten folge machen ja ich hoffe es hat euch wieder gefallen und hoffentlich seid ihr beim nächsten video mit dabei und bis dahin macht sich gut machts besser und i see you in the next video rrrrrrrrrr